Servus, meine Lieben. Garnelen-Frikadellen mit einer Mango-Curry-Soße. Saugut. Blitzrezepte aller Hänse. Garnelen. Fein hacken. Und jetzt kommen wir in so eine Schüssel rein. And now, etwas Vanillesalz. In love gibt es von mir im Shop. Ein paar Semmelbrösel, Creme Fraiche, ein Ei. Jetzt brauche ich noch mal Handschuhe. So, okay. Jetzt muss es eine richtig schöne, feste, kompakte Masse werden. In eine geschichtete Pfanne. Etwas Butter. Buletten rein. Und die werden jetzt vorsichtig gebraten. Bis die so ein bisschen Farbe haben. Zwei, drei Minuten. Und zwischenzeitlich eine richtig schöne, reife, frische Mango. Um den Kern schneiden. In Stücke schneiden. Eine Viertel Banane. In Würfel schneiden. Knoblauch. Die Garnelen-Frikadellen vorsichtig umdrehen. Die Zutaten hier rein. Dazu etwas Currypulver. Ein bisschen Honig. Kokosmilch. Ein bisschen frisch gepresster Gemettensaft. Ein bisschen Koriander, wer möchte. Einen schönen Schnittslimette. Zack. Guten Appetit.